Hallo ihr Lieben, ich hoffe ihr habt Lust auf ein weiteres 15 Minuten Blitzrezept. Perfekt für den Feierabend zum Beispiel oder wenn es einfach schnell gehen muss. Wir machen eine Art Laugenflammkuchen. Ihr braucht dafür Laugenstangen aus dem Tiefkühler, die gibt es eigentlich so ziemlich überall zu kaufen. Meine habe ich morgens aus dem Tiefkühler in den Kühlschrank gelegt und somit war sie dann aufgetaut, als ich von der Arbeit gekommen bin. Der Teig muss jetzt zu einer Kugel geformt werden. Das geht am besten mit ein bisschen Mehl und einem Nudelholz und auch etwas Kraft, weil der Teig doch ein bisschen widerspenstig ist. Wenn ihr dann eine Art Kreis ausgerollt habt, kann das Belegen auch schon losgehen. Dafür brauchen wir drei Zutaten. Zum einen gebe ich Kräuterfrischkäse auf den Teig, dann ein paar Schinkenwürfel und zu guter Letzt kleine halbierte Mozzarella Kugeln. Ja was soll ich sagen, das war alles, mehr braucht ihr nicht. Nach 10 bis 15 Minuten im 220 Grad vorgeheizten Backofen bei Ober- und Unterhitze sieht das Ganze dann so aus. Ich habe bei mir noch Basilikum darüber gegeben. Ich hoffe ihr probiert das Rezept mal aus. Meistens mache ich gleich zwei Laugenflammkuchen. Kalt schmeckt er nämlich auch sehr gut, sodass ich den Rest dann einfach am nächsten Tag mit auf die Arbeit nehme. Schaut gerne bei Instagram vorbei und schickt mir eure Fotos, wenn ihr Rezepte ausprobiert und abonniert auch gerne den Kanal. Darüber freue ich mich immer sehr.